Papa, es tut mir leid. Es hat mich jahrelang getriggert. Das Problem ist, ich kann es wahrscheinlich gar nicht aufräumen. Ich kann es ein bisschen aussaugen, aber ich kann es wahrscheinlich nicht aufbereiten, weil dafür müsste das Auto ja ausgeräumt werden. Und das geht nun wirklich nicht. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freundesgeflecht Motorsports. Ich begrüße Sie aus dem Fahrzeug meines Vaters. Jawoll. Und das hat einen Grund. Lasst es mich mal so sagen. Es tut mir wirklich leid, aber ich musste mich so kaputt lachen, weil das Fahrzeug meines Vaters sieht aus, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ihr kennt ja alle das Video mit dem Bentley Bentayga, ne? Er steigt jetzt aus diesem Fahrzeug in das da. Stattlich. Ich wollte euch mal so zeigen, was der hier so alles mit sich rumkurvt. Ihr könnt jetzt sagen, ah, das ist aber fies hier, du lässt das über deinen Papa und so. Ihr wisst ja alle, dass ich den liebe. Und grundsätzlich ist Familie bei mir was ganz Wichtiges. Das ist das Wichtigste. Es ist bei euch allen, glaube ich, genauso. Und deswegen glaube ich, kann ich mir das rausnehmen. Ein bisschen mich, ich mach mich ja nicht über meinen Vater lustig. Also jedenfalls nicht. Also ich mach mich vor allen Dingen über sein Auto lustig. Und so ein bisschen mach ich mich natürlich auch über ihn lustig. Mir geht das ja genauso. Man sammelt halt so Sachen, ne? Man denkt so, ja, das könnte ich auch gebrauchen, wenn ich unterwegs bin. Und dann nimmt man das mit und tut das in sein Auto rein. Ich habe ja gar keine Auto. Deswegen kann das bei mir gar nicht passieren. Aber ich stelle bei mir selber dieselben Mechanismen fest. Denn ich bin auch so ein Sammler. Also wenn ich so ein Auto zwei Wochen habe oder sowas. Oder meinetwegen auch mal ein bisschen länger. Dann merke ich da schon bei mir auch, dass ich da so einziehe. Und dann merke ich so irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen nicht in den Kofferraum geguckt. Und dann guckst du da wieder rein und denkst so, ey, warte mal, es ist Sommer und ich habe immer noch den Schneefeger da hinten drin. Guckt euch das jetzt einfach mal an. Genießt es. Und seid gespannt, was sich in einem Auto alles befinden kann. Ich habe meinen Papa jetzt gerade zur Physiotherapie gebracht. Der hat sich irgendwie die Schulter so ein bisschen verlegen. Und ich habe gesagt, ja Papa, ich fahre dich da hin und ich hole dich auch wieder ab. 40 Minuten Therapie. 40 Minuten Zeit für uns. Sein Auto mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Also was krass ist, ist erstmal das Lenkrad hier. Ist sehr, sehr speckig geworden. Innerhalb der letzten 140.000 Kilometer. Weiß nicht, ob das an meinem Papa liegt, weil er so gerne kurbelt. Oder an meiner Mama. Jetzt weiß ich noch, früher hat sich mein Vater mal darüber aufgeregt, dass sich meine Mama mit frisch eingecremten Händen ins Auto setzt. Hier oben ist besonders abgegriffen. Also offensichtlich fährt mein Vater und meine Mutter gerne so. Obwohl ja eigentlich viertel vor drei angesagt ist. So. Junge, wie weich so ein Auto ist. Ist halt einfach ein ganz normales Auto. Winterreifen drauf und halt einfach ein ganz normaler Tiguan Diesel. Das sind weiche Autos. Es wird mehrere Kapitel in diesem Video geben. Kapitel eins ist, was kann man alles finden in einem Auto von seinem Vater. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Überraschungen. Wo ich denke mir, Papa, wieso hast du denn sowas im Auto? Kapitel Nummer zwei wird sein, allgemeiner Pflegezustand, Schrägstrich Sauberkeit. Junge. Ihr glaubt das einfach nicht. Ich schwör euch, guckt euch bitte das Video. Egal wo ich hingucke, werden meine Augen und mein Gehirn getriggert. Was ist das denn da? Es ist so geil, Leute. Also ich suche mir jetzt einen Platz zum Anhalten und dann geht's los. So, ich habe mich jetzt hier mal eben hingestellt. Ganz normaler Wanderparkplatz hier. Ihr seht das schon. Felgen und so sind richtig, richtig heftig. Schöne 16 Zoll. Aber ja, so ist das halt. Ach guck mal hier. Sie haben ja so eine kleine Delle da, ne? Egal. Also wir gucken jetzt als allererstes mal, gucken wir jetzt vorne rein als allererstes oder hinten? Ich glaube wir gucken als allererstes hinten rein. Ich mach das mal so. So, also mein Vater hat immer, das muss ich ganz kurz zur Erklärung dazu sagen. Mein Vater fährt sehr gerne Fahrrad. Mittlerweile E-Bike natürlich. Und der hat diesen Tiguan so umgebaut, dass sein Fahrrad da immer reinpasst. Und ich bin sorry, wenn ich immer mal wieder stocke, aber wenn ihr das hier sehen würdet, wüsstet ihr, warum ich nicht weiterreden kann. Also Punkt 1 in diesem Fahrzeug ist, dass der eine Teil von der Rücksitzbank ausgebaut wurde. Also wenn ich jetzt wirklich mit mehreren Menschen hier ankommen würde und sagen würde, Papa kannst du mich mitnehmen, würde nicht gehen, weil, das ist jetzt schon mal der erste, das ist jetzt schon mal der erste Blick, weil da hat er die Bank ausgebaut, damit er sein E-Bike hier reinschieben kann. Also Vorderrad muss trotzdem raus, so groß ist der Tiguan dann auch wieder nicht. Wir haben jetzt gerade noch kurz vor der Physio neue hier Gasflaschen geholt. Und in Sinne so ein bisschen selbst, es gibt ja diese, oh, das wird lang das Video, es gibt ja diese Körbe, diese Einkaufskörbe. Die kann man kaufen oder man kriegt die geschenkt oder, 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 aber man kann die auch selber machen. Man nehme eine ganz normale Tüte und dann tut man da so einen Karton rein, ne, der gibt dann von innen quasi die Stabilität und dann kann man praktisch hier noch eine zweite Tüte, so, falls man noch eine braucht, kann man mit rein tun und dann hat man wie so einen Korb. Sorry, aber es ist krass. So, dann haben wir hier einmal die guten Wanderstöcke, ne, die braucht man ja immer, also mein Vater ist sehr, sehr gerne sehr viel im Wald unterwegs, deswegen Wanderstöcke gehe ich 100% mit klar, dass die dabei sein müssen. Schauen wir mal, was hier so unter der Matte, ach guck mal hier eine Wunderkerze, ne, das, da sieht man mal wieder, was mein Papa für ein unendlicher Romantiker ist. Er hat immer eine Wunderkerze am Start, das finde ich aber ganz süß. Wahrscheinlich, dass wenn er mit meiner Mama mal wieder unterwegs ist und dann so, komm Birgit, heute haben wir immer wieder Hochzeitstag oder weißt du noch, vor 98.000 Jahren, da haben wir uns kennengelernt, da haben wir uns auf der Bank da hinten das erste Mal geküsst. Komm, wir setzen uns da mal wieder hin. So ist mein Papa drauf, glaube ich zumindest. So, also wir legen diese Wunderkerze, Alter, das ist ja schon, die legen wir dann mal wieder rein und dann haben wir hier noch diverse, ich guck mal nach, ob da irgendwas ist, was von relevant ist. Das ist natürlich auch eine super Idee, das da alles hinzulegen, weil so eine Plastiktüten sind natürlich auch perfekt geeignet dafür, so ein bisschen Feuchtigkeit auch zu sammeln, aber das sehe ich jetzt hier nicht. So, und das hier finde ich auch eine relativ interessante Ecke. Guck mal da rein, ob da irgendwas drin ist. Also erstmal hier selbst gebastelter Haken. Alter. Vier so eine Tüten, womit man gefrorene Sachen transportieren kann. Also nochmal ganz kurz, meine Mutter kann sehr, sehr gut kochen und die kocht jeden Tag. Und TK-Ware kommt der, glaube ich, nicht ins Haus. Also klar kaufst man irgendwie, weiß ich nicht, ne Dose Spinat oder so, also so eine Packung Spinat, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass wir vier Tüten, also der Haushalt zumindest, meine Eltern braucht, glaube ich, keine vier Tüten ständig mit an Bord, falls man mal was Geborenes mitnehmen muss. Papa, was willst du mit diesen vier Tüten? Also das hier, diese Rope hier, ist auf jeden Fall dafür da, das Fahrrad festzuzurren im Innenraum, damit das hier nicht rumfliegt. Da haben wir noch so eine zweite. Da haben wir Handschuhe, also einmal so richtig grobe Lederarbeitshandschuhe und das hier, das sind auch so Lederarbeitshandschuhe, die sind ein bisschen filigraner. Also die hier sind, glaube ich, so ein bisschen für die feineren Arbeiten und die hier sind so ein bisschen für die Holzfälle Arbeiten, ne? Glaube ich. Schätze ich jetzt mal, dass das so die Einhautung ist. Boah, ey, ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen... Guck, da fliegt der Dieselhandschuhe weg. Also, äh, Mamas Handschuhe haben wir hier, die legen wir vielleicht mal da hin, ne? Dann haben wir eine Decke, Polstermaterial, Polstermaterial, ein Kissen, noch ein Kissen. So, dann wird's hier interessant. Da haben wir eine Zeitung, das sind die Skistöcke. Das hier ist ein weiterer Regenschirm, wenn man zu zweit unterwegs ist, logischerweise. Dann gab's hier von der Kreissparkasse Werbegeschenk, wahrscheinlich ist das... Das ist ein Drachen. Oder? Naja, das ist ein Drachen. Mein Vater hat einen Drachen im Auto. Wenn das Kind im Mann mal wieder wach wird und er sagt, heute haben wir Wind, heute will ich einen Drachen steigen lassen. Okay. Desinfektionsgel, erstmal die Drachenschnur zur Seite räumen. Dann haben wir hier so eine Taschenlampe. Und zwar ist die ohne... Ohne Batterie. Aber jetzt mal ohne Quatsch, ne? Normalerweise, Batterie ist immer leer. Immer wenn du diese Lampe brauchst. Es könnte ja sein, dass du irgendwo in der Wildnis hängen bleibst und dann musst du vorne im Motorraum gucken. Vielleicht ist dir beim Pinkeln der Schlüssel aus der Hose gefallen. Du brauchst eine Taschenlampe. Okay. Taschenlampe haben wir an Bord. Wir haben ein bisschen Öl an Bord. Das finde ich sehr, sehr gut. Dazu eine... eine Rosenschere. Wofür könnte man eine Rosenschere auf der Autobahn gebrauchen? Ich weiß es nicht. Das ist echt eine Luftpumpe, ne? Also wofür kann man damit Bälle aufpumpen? Fußbälle? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da noch eine zweite Taschenlampe drin. Und, ne? Ja, das ist noch eine Taschenlampe. Das tue ich mal wieder da rein, damit das da wieder genau so reinpasst, die Luftpumpe. So, dann haben wir hier ein Ladegerät. Wofür ist das? Ein Ladegerät für irgendwas. Ey, keine Ahnung. Was ist das? Hat der da irgendwas gezüchtet? Ist da irgendwas drin? Ja, es sieht aber so aus, als wenn das bald leben könnte. Also... Papa, was ist das? Da ist... Da ist Wasser drin einfach in den Dingen. Wir sind früher auch als Kinder sehr oft in der Natur unterwegs gewesen. Und dann haben wir uns immer an irgendeiner Quelle angehalten und haben uns da Wasser geholt. Was ich mega finde. Aber das ist jetzt glaube ich schon die dritte leere Wasserflasche. Zumindest die ich jetzt im Kopf habe, die ich schon gesehen habe. Okay, also wir fassen nochmal zusammen. Drachen und alles andere, was man noch gebrauchen könnte. Warnweste. Hier nochmal so Papier, so zum Abtupfen von irgendwas. Dann gibt es hier wahrscheinlich ein Weinprospekt. Ne, Matthäus Passion. Mein Vater ist ja Musiker. Kantorei Barmen. Gemarke. Okay, so Flyer. Die verteilt man dann immer ganz gerne. Hier ist die Tankecke. Mein Vater wird ausrasten, wenn er sieht, dass ich das alles wieder falsch hereingelegt habe. Hier. Der Handschuh. Matthias, der muss da rein. Sonst ist das doch nicht. Sonst fliegt der doch weg. Alter, das wird ein 20 Minuten Video. Ah, Handschuhe. Oh. Oh. Handschuhe. Noch mehr Handschuhe. Aber ein anderer Handschuh. Regenhaube. Jetzt pass auf, das hier ist auch ein Messer, oder? Ja. Also er hat zwei Schweizer Messer in seinem Auto. Man, wer weiß, wann man das mal brauchen kann, ne? Das ist das dritte Paar Arbeitshandschuhe, was ich gefunden habe. Ja, gut. Dann würde ich sagen, haben wir den Kofferraum und die hintere Bank haben wir durch. Damit kommen wir jetzt zur Vorderen. Und das ist wirklich... Also leere Flasche. Ich habe den eben, als ich ihn hingebracht habe, habe ich ihn gefragt, Papa, was sind das alles für Straßenkarten? Das gibt es doch gar nicht. Was machst du denn damit? Und er hat gesagt, ja gut, ich habe ja hier nur so ein Aushilfs-Navi, ne? Und da hat er das Navi nicht bestellt, aber er war zu kniestig dafür. Er braucht halt die Karten, sagt er. Er braucht sie einfach. Und das hilft halt auch, zum Beispiel wenn man in Würzburg ist und auf der A3 ist, dann gibt es da so eine Abkürzung. Wenn man da cutten muss, dann musst du da cutten und dann brauchst du eine verdammte Karte. Und da haben wir einige davon, weil wir haben ja nicht nur hier Karten, sondern hier haben wir auch noch. Deutschland und Europa 2014, 2015 aktuelles Kartenmaterial. Schöne Flüsse, Seen und Kanäle in Deutschland. Dann machen wir hier in der Mittelkonsole weiter. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun Stifte, zehn Stifte, ein Feuerzeug, zwei Feuerzeuge. Ich glaube, ich saug ihn. Ich schenke ihm, glaube ich, zum Geburtstag, dass ich sein Auto sauber mache. Yes Baby, das ist es. Wie hat er mir denn da reingekackt? Wie kann man denn da hinkacken? Ist das was? Eine Aufbereitung für einen Tiguan? Ich glaube, das mache ich. Das mache ich wirklich. Also man hat ja nicht genug Stifte, deswegen haben wir hier nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, nochmal zehn Stifte. Also wir haben insgesamt 20 Stifte. Spitzer, ne 21 Stifte und da 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 da, da ist die zweite Scherz. Ich habe es euch versprochen, wir haben zwei Scheren im Auto. Stift Nummer 22. Brillenetui, CD, Handschuhe. Das sind ungefähr, naja, ich würde mal sagen 10, 20 Handschuhe. Mal gucken, von welchem 3. März das Parkticket ist. Parkplatz überm Rost, 2016. Papa, es tut mir leid. Es hat mich jahrelang getriggert. Das Problem ist, ich kann es wahrscheinlich gar nicht aufräumen. Ich kann es ein bisschen aussaugen, aber ich kann es wahrscheinlich nicht aufbereiten, weil dafür müsste das Auto ja ausgeräumt werden. Und das geht nun wirklich nicht. Papa, sorry, dass ich das gemacht habe. Aber ich glaube, jeder von euch, und das bitte ich euch jetzt mal in die Kommentare reinzuschreiben. Ist das bei euren Eltern, Kumpels, Freundinnen, Freund genauso? Schreibt mal rein, was die weirdesten Sachen sind, die ihr jemals gefunden habt in irgendeinem Auto. Ich muss ganz ehrlich geschehen, es hat mich schon ein wenig geschockt jetzt gerade. Also, dass hier viel drin ist, das wusste ich ja. Aber wie viel das ist, das habe ich einfach nur, das habe ich nicht, das hätte ich nicht geahnt. Ich habe mich jetzt tatsächlich dazu entschieden, meinem Papa einmal, ne, wer kommt jetzt gleich hier rein, setzt sich da hin und dann quatschen wir einmal darüber, was er sich da so alles dabei gedacht hat, weil das interessiert mich jetzt schon. Sag mir mal, was du mit 22 Stiften machst. Gar nichts im Moment, weil früher habe ich sehr viel gearbeitet im Auto, während Birgit gefahren ist. Dann hast du aber die Partituren quasi bearbeitet. Also die Noten, nur für alle, die das nicht kennen, die Noten für so ein Konzert. Mein Papa ist ja Dirigent. Die Noten für so ein Konzert sind ganz viele Seiten und da stehen ganz viele Noten und ganz für alle, für die Sänger, für die Musiker, für die, ne, für alles. Es gibt da verschiedene Lines und verschiedene Ebenen und mein Papa hat da immer mit verschiedenen Farben reingemalt. Was bedeutet Rot? Rot sind die Streicher und der Chor. Und die Vollflöte? Vollflöte. Der Vollpfosten. Vollpfosten. Weil ich manchmal Du Flöte sage als Schimpfwort. Das ist natürlich dann dunkelbraun wahrscheinlich. Aber man braucht ja trotzdem nicht fünf Kugelschreiber und drei Bleistifte. Das ist richtig. Aber warum hast du so viele da drin? Ich habe sie nur noch nicht rausgenommen, aber ich habe schon 20 rausgenommen, die zu viele waren. Also ich habe mir das Auto einmal komplett von oben bis unten angeguckt, ne? Und ich habe überschlagen, also es sind auf jeden Fall weit über 100 Dinge in diesem Auto. Das kann ein Durchfluss sein. Es sind glaube ich vielleicht sogar über 200 Dinge. Du hast offensichtlich sehr viele Sachen gesammelt, was ja okay ist. Aber Straßenkarten braucht man doch wirklich nicht. Doch. Warum? Du hast doch ein Navi. Das Navi ist nicht so gut. Und das Handy? Ich bin ein analoger Mensch. Ja. Und Sache mit den Karten, die sich die letzten 50 Jahre nicht geändert haben, ist das natürlich immer noch gut. Okay. Landstraßen haben sich nicht geändert und die stehen auf jeder Karte drauf. Und wenn sie gelb oder rot sind und mit schönen grünen Beistreifen versehen sind auf der Karte, das zeigt mir das Navi nicht an, weiß ich, dass ich meiner Frau eine besonders schöne Strecke zeigen kann, wenn sie fährt und das bei schönem Wetter gibt es ja nichts Schöneres. Okay. Du hast mich gehabt, Paar, an dem Moment, wo du gesagt hast, die grünen Straßen sagt mir das Navi nicht. Weil grüne Straße auf so einer Landkarte bedeutet Scenic Route, würde man auf Englisch sagen. Das ist einfach eine schöne Straße, schöne Kurven, lieben wir zwei und ihr liebt schöne Kurven auch. Deswegen Straßenkarte, ich werde nie wieder irgendwas gegen eine Straßenkarte sagen in deinem Auto. Versprochen. Schön. Wogegen ich allerdings schon was sagen muss und das ist jetzt das allerletzte, worüber ich mit dir lästern muss. Hier, guck mal. Was ist das? Ich ziehe manchmal Pflanzen, zum Beispiel Basilikum mit Wurzeln und wenn ich die jemandem verschenke und die im Auto für 300 Kilometer transportiert werden müssen, gehen die ja vielleicht kaputt. Also werden die in einer Vase, die nicht umkippen kann, auch bei Bremsmanövern oder sonst was auf der Straße und das hat irgendjemand vergessen, wahrscheinlich ich. Ich habe die Pflanzen rausgenommen und verschenkt und habe mir das Wasser noch drin gelassen. Aber es ist schon richtig, ihr habt das Ding ja in seiner kompletten Breite so gesehen, dieses Fach da hinten und da kann wirklich nichts umfallen. Das ist das Gute daran. Ich muss ein bisschen zurücknehmen, was ich so alles gesagt habe, aber es ist schon heftig, was man alles in einem Auto ansammeln kann. Also wenn ich mal Zeit habe zum Aufräumen, dann fliegt die natürlich eine Unmenge Zeug raus. Ich muss dich einmal um Armen fahren. Ich liebe dich einfach nur und zwar mit allen Ecken und Kanten. Also weil das ist halt so, bleibt mir sowieso nichts anderes übrig, aber es ist halt so oder Familie ist das Allerwichtigste und ich muss ein Stück, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Am ganzen Körper und es ist halt einfach, klar kannst du dich darüber lustig machen, was hier alles für ein Quatsch rumliegt, aber letzten Endes gibt es irgendwie so eine Begründung, die tatsächlich plausibel ist und die Sinn macht und so und es ist halt einfach auch liebenswert. Deswegen musste ich dich jetzt einmal ganz kurz dick umarmen. Danke Papa, dass ich mit deinem Auto fahren durfte. Sehr gerne. So Leute, danke fürs Zugucken. Ange-Bahne Musik 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 If I would have had the worthiness